Der Kosovo und den Vereinigten Staaten von Amerika kam es zu Spannungen, nachdem sich Präsident Obama abfällig über die Albaner beäussert hat. Russian leaders have further claimed Kosovo as a president. Der albanische Präsident hat sich öffentlich im Fernsehen dazu geäussert. Ja, ich bin gewiss in Stauben. Seid's denn? Amerika hat vorsichtshalber seine ganzen Streitkräfte bereitgestellt. Zwei Kampfschiffe, drei Kampfflugzeuge und 300 Bodensoldaten. Auch Kosovo hat seine ganze Streitmacht bereitgestellt. Das Kampfschiff Schiff Schanonen, das Kampfschiff Schiff Schatesen und 200 kosovarische Soldaten bewaffnet mit Papuche. Wir halten sie auf dem Laufenden. 2 2 2 2 Vielen Dank.